Hallo ihr Lieben, das ist nur ein ganz ganz kurzes Ankündigungsvideo für ein Hangout und zwar hat die liebe Steffi von Lady of the Books mich und die liebe Sina gefragt, ob wir nicht Lust haben auf ein Hangout mit ihr zusammen. Es soll dort einfach um das Thema Booktube und Lesen gehen und dann wollten wir noch kurz über das Buch sprechen, was die liebe Sina ja auch geschrieben hat. Und ja, falls ihr Lust habt an dem Hangout teilzunehmen, es wird am 1. November stattfinden um 19.30 Uhr bei der lieben Steffi auf dem Kanal. Ich verlinke ihn euch unten in der Infobox und ich würde mich freuen, wenn ihr beim Hangout vorbeischauen würdet und mit uns vielleicht den Abend verbringt und kommentiert und Fragen stellt und ja, ihr kennt ja das Übliche bei einem Hangout und ja, würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr drüber freuen. Mehr war es an dieser Stelle auch gar nicht, was ich euch sagen wollte. Ich bedanke mich wieder fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns vielleicht am Donnerstag. Bis dann, ciao!